Darauf war ich seit 30 Jahren, endlich hab ich's geschafft! Können ruhig noch mehr kommen! Geiles Ding! Ja, vielen Dank! Katlimusiker sind ja nicht nur Musiker auseinander, sondern... Das ist ja der Plan der Wahnsinn! Sie betätigen sich manchmal auch auf dem Land, wir haben es frisch ein Land unter uns. Das ist der Felix, er hat eine individuelle Viehzucht und wenn er morgens dann von Nevenhagen dann zum Melken fährt, ist er mit seinem Auto immer auf der Überholspur und davon berichtet er in nächstes Forum. Der Weg mit dem Fast Forum!